Musik Weil ich Videos über Drogen mache, gehen einige davon aus, dass ich so gut wie jedes Wochenende irgendwelche Clubs oder Festivals besuche, um mich dort mit Drogen zuzuballern. Damit hier keine Unklarheiten mehr existieren, werde ich meine PP aka Party Präferenz vorstellen. Was ist eure PP? Geht ihr eher in Clubs, Bars oder Foam Partys? Was für eine Musik hört ihr zum Feiern? Wie nüchtern bleibt ihr da? Wie heißen eure Lieblingsschuppen? Und was hat Danny Klose damit zu tun? Da ich im Dorf Glonn aufgewachsen bin, waren in meiner Jugend Homepartys fast die einzige Option. Gelegentlich auch mal jugendtreffartige Einrichtungen in Grafingen oder Ebersberg. Anfang 20 war ich dann immer öfter in München und ging am ehesten in irgendwelche Bars als Halbire, am liebsten in Irish Pops. Sich in einer Bar zu unterhalten, sprach mir eher zu, als in einem Club Frauen anzutanzen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau angetanzt, aber in den Clubs, in denen ich früher gelandet bin, war das Gefühl so das Hauptding. Also es gab da in diesen Clubs so viele Männer, die einfach zu irgendwelchen Frauen hin sind und die dann einfach so von hinten angetanzt haben, ohne ein Wort zu wechseln. Und wenn sie Glück hatten, haben die dann mit denen rumgemacht. Nichts gegen euch, wenn ihr sowas macht und das bei euch funktioniert, aber ich kann sowas nicht. Macht man sowas überhaupt heute noch oder wird man dann direkt gemietoot? Bei diesen Clubs kam es mir auch irgendwie immer so vor, als würden die Leute nicht für sich selbst tanzen, sondern eher für andere Leute. Oh yeah Leute, schaut was ich für sicke Dance-Moves drauf habe. Oft kamen in so Schuppen Chart-Songs oder Songs, bei denen das Publikum schreit und mitgrölt. Erneut, mich freut es, wenn ihr sowas feiern könnt, aber diese Rumgrölerei und das Woooo fiel ich halt null. Außer wenn vielleicht mal ein richtig krasser Track von Helge Schneider kommt. Wie steht ihr zu Woooo und Ich weiß selbst nicht genau, warum ich da kein Fan davon bin. Weil ich früher hauptsächlich eher rockige Sachen gehört habe, war das halt auch ein Grund, warum ich Bars besser fand als Clubs. Weil da eher mal so rockige Sachen kamen, als in den Clubs, die ich kannte. Anfang 20 war ich auch sehr viel häufiger auf Konzerten. Ich zähle jetzt einfach alle Interpreten auf, die ich schon live gesehen habe und ihr schreibt in die Kommentare, welche ihr davon kennt oder feiert. Real Big Fish, Sum 41, Mad Caddies, Kaisers Orchestra, My Baby Wants To Eat Your Pussy, Zebra Head, Gogol Bordello, Sportfreunde Stiller, Bloodhound Gang Lustig, Arc Second, 8cm, Moob Mama, DCVDNS, Big Dean, The Kids Table und Helge Schneider. Wer herausfinden kann, was davon keine echte Band war, sondern die Größe meines Glieds, bekommt 100 Punkte. Was? Wieso schaut ihr so? Im unirrigierten Zustand natürlich. Außerdem ist es zur Zeit echt kalt. Bis ins Alter von 25 war meine Drug of Choice Alkohol. Aber dann habe ich angefangen illegale Drogen zu nehmen und da verschlägt es einen dann in eine andere Art von Clubs. Das sind dann Clubs, in denen eher elektronische Musik kommt. Das Klientel ist da auch gefühlt weniger Mainstream und Open-Minded da. Mir kommt es irgendwie so vor, als würden Leute in elektronischen Clubs eher für sich selber tanzen. Die machen sich nicht so viel Gedanken darüber, was andere über ihren Tanzstil denken. Also vor allem im Vergleich zu so Mainstream-Schuppen. Bilde ich mir das ein oder könnt ihr diesen Unterschied auch wahrnehmen? Äh, aber bei uns im Hip-Hop-Metal-Club ist es uns auch egal, was andere über unseren Tanzstil denken. Was ist das denn egal? Privat höre ich nach wie vor auch viel Rock und Ska, aber gehe halt am liebsten auf Elektroveranstaltungen, weil ich da die Vibes einfach am ehesten dicke. Ein Kumpel von mir schickt mir außerdem regelmäßig Einladungen zu illegalen Outdoor-Raves. Also da wird dann irgendwo im Wald oder unter einer Brücke eine fette Soundanlage und geile Lichteffekte aufgebaut, damit man da geil raven kann. Und ich muss sagen, dass ich diese Raves größtenteils richtig geil finde. Besonders den Aspekt, dass es Outdoor ist, feiere ich sehr. Die ganzen letzten Jahre, wo ich noch mit Kathi zusammen war, war ich halt teilweise nur alle drei Monate partymäßig unterwegs. Und das waren dann auch am ehesten irgendwelche WG-Partys. Da ist man die meisten Wochenenden eher dazu motiviert, zu Hause Netflix zu schauen, anstatt feiern zu gehen und Leute kennenzulernen. Jetzt vermehrt sich das wieder und ich gehe minimum einmal im Monat feiern. Das Erstaunliche dabei, ich war jetzt schon mehrmals völlig alleine feiern. Einfach ohne groß irgendwelchen Homies Bescheid zu sagen. Alleine feiern zu gehen gibt einem eine komplett andere Feiererfahrung und man lernt viel eher Leute kennen. Als jemand, der Videos über Drogen macht, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich in Clubs oft angesprochen werde und es mir nie an Gesellschaft mangelt. Doch wie sieht es denn mit den Drogen aus? Schieße ich mich auf Partys übel ab? Tatsächlich bin ich ungefähr mindestens jedes zweite Mal beim Feiern komplett nüchtern. Und wenn ich Substanzen zu mir nehme, dann greife ich nicht zu den wohlverbreitetsten Feierdrogen, Emma, Weed, Speed, Koks, sondern zu den psychedelischen Substanzen, Arlat, 2CB und LSD, aber halt eben in kleinen Dosierungen. Zwischen 20 und 40 Mics LSD und Arlat oder zwischen 5 und 10 Milligramm 2CB. Das sind Dosierungen, bei denen ich den Rausch eindeutig spüre, aber ich verhalte mich da noch sehr normal und man könnte mich da nicht von meiner nüchternen Version unterscheiden. Irgendwie kommt es mir sogar so vor, als werde ich nüchtern öfter als high vermutet als andersrum. Und natürlich ist es mir auch schon vorgekommen, dass ich etwas zu viel erwischt habe und das dann schon ein wenig zu trippy wurde. Zweimal war ich jetzt auch schon auf Kratom feiern, was auch sehr angenehm war, aber das werde ich nicht allzu oft machen, weil Kratom hat wirklich ein ziemlich signifikantes Suchpotenzial. Ich kenne da mehrere Leute, die davon abhängig wurden. Psychedelika sind daher meine Number One Choice. Das Abhängigkeitspotenzial geht gegen Null, keine körperlichen Schäden und keine Hangover. Das hört sich jetzt verherrlichend an, aber das sind einfach Fakten. Und daher direkt noch der Disclaimer, mach das nicht nach und nehm diese Drogen, weil ich sie nehme. Ich habe die Psychedelika genügend zu Hause getestet, um zu wissen, wie viel ich im Club nehmen könnte. Psychedelika bringen jede Menge psychische Gefahren mit sich. Wenn man versucht, das nachzuahmen, kann es sein, dass man schnell mal in der Klapse landet, besonders wenn man noch minderjährig ist. Ich habe ja schon gesagt, dass ich zum Feiern eher in Clubs mit elektronischer Musik gehe. Doch was für eine elektronische Musik genau? Irgendwie stehe ich eher auf chilligeren Elektro mit ein bisschen mehr Melodie. So harter Bum, 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 Bum. Elektro ist mir irgendwie zu derb und monoton. Ich habe das Gefühl, dass in der heutigen Zeit schnellerer Techno beliebter ist. Also es gibt gefühlt mehr Clubs mit schnellerem Elektro. Und es ist schon mindestens zweimal vorgekommen, dass ich Leuten meinen Lieblingsclub empfohlen habe. Und die dann voll enttäuscht waren, wie langsam dort der Sound war. Ich brauche mindestens 200 BPM, sonst geht bei mir gar nichts. Jedenfalls gehe ich daher seit einiger Zeit zu über 90% immer in den gleichen Club. Ein Club, in dem sehr häufig die chillige Art von Elektro kommt, die ich feiere. Ein Club mit Kühnheit und Stolz. Doch welcher Club genau ist das? Das erzähle ich im nächsten Video. In diesem Video erzähle ich euch nicht nur, warum ich meinen Lieblingsclub so toll finde, sondern ich werde die bekanntesten Clubs in München raten und schildern. Da ich in dem Video auch unter anderem die skurrilsten Google Maps Club Bewertungen vorlesen werde, wird das Video definitiv auch unterhaltsam für Leute, die niemals München besuchen werden. Hinterlasst unter diesem Video einen Kommentar mit euren PPs Stadt und Lieblingsclub und hinterlasst unter dem neuen Video von Cashless Crew ein Kommentar, dass ihr mehr Open Mind Cameos sehen wollt, weil die Drehs da voll Spaß machen und die Gage auch in Ordnung ist.